Ich bin ein Illusionist, ich bin ein Narr, was auch immer. Ich muss sterben. So vor der Lundsinnung. Okay, Shia, du hast jetzt den zweiten Platz für den schlechtsten Heiler auf der Welt. Ich glaube, jemand hat ihn gerade übernommen. Nein, Mann. Oh, scheiße, ich bin Dings. Könnt ihr mich nachher kurz mit dem Magier zu euch spielen? So, gucken wir jetzt, team ich Shia gleich raus und dann ist der Dungeon resettet. Was? Ja, die Udian. Ja. Weißt du, ich weiß jetzt schon, du musst... Bei mir bin ich vorne mit 53%. Ja, mit 60% bei mir. Und ich mach... Ja, ich mach am meisten Hume mit 93%. 5% macht Hume und 2% macht Neko. Habt ihr überhaupt vorhin resettet? Du hast wahrscheinlich gar nicht resettet diesen Battle-Recorder. Ich mag das Teil nicht, das lügt. So, ich würde ja auch mal resettet. Also, du machst mehr Schaden als ich als Tank, würdest du damit sagen. Obwohl ich eigentlich jetzt die ganze Zeit wirklich alles erledigt habe. Mhm, macht Sinn. So, ich hab jetzt resettet. Ja, ich komm ja. Stress mich nicht so. Er stresst dich nicht, er gibt dir nur Aufgaben. Er gibt dir deine eigenen Quest. Nein, ich glaub, ich möchte nicht da lang. Da ist der andere Riesenwurm jetzt. Siehst du, wenn ich nicht Autorun machen möchte, ich automatisch diesen Gang durchrenne. Aber wenn ich Autorun machen möchte... Da steckt wo der Wurm drin, bedümmtsch. Ja. So, ich muss den loswerden. Hiu, 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 hiu. Jetzt bricht die Aufnahme auf, weil du fäh-unfähig bist. Ich glaub, ich möchte jetzt auch einfach mal Fraps starten. Nur um zu... Nur um wieder einen Beweis zu haben, dass Fraps... Ja, genau. Nehmen wir alle drei gleichzeitig auf. Das ist eine super Idee. Dann sieht jeder auf ihrem eigenen Channel diesen Scheiß, wo wir hier aufnehmen. Nein, sag es nicht. Chiama! Chiama! Jetzt bin ich... Jetzt bin ich das aus, weißt du? Oh, was ist jetzt nicht zu tun mit, ja? Ähm... Ich habe nicht geprägt. Wir wiefen. Ich pfeife dann, wir wiefen. Oder gucken. Krieg mal gar nicht ein. Gott. Ich bin super scheiße. Ja. Das ist wirklich let's fail rotten hier. Mach es, wenn ich einen Job habe. Dann kann ich wenigstens über mich lachen. Oh Gott, der Riesenwurm. Der ist riesenseiß. Reko, bist du wieder schon da vorne? Bist du wieder schon da vorne? Du bist schon da vorne? Wieso bist du schon da vorne? Ich habe den Soul Guardian wieder vergessen zu stellen. Das geht jedem auf die Nerven. Das geht jedem auf die Nerven. Das geht jedem auf die Nerven. Das geht jedem auf für eine Pernatik. Oh Gott, Crack ist hier. Wir machen let's fail rotten. Möchtest du ein Gast sein? Pass auf, Crack. Du wirst gerade aufgenommen von Shia. Shia ist der oberste Penner hier. Wenn dein Video funktionieren würde, dann. Cool. Siehst du, jetzt sagt Crack nichts mehr. Jetzt hast du ihn enttäuscht. Jetzt ist er traurig. Tut mir leid, Crack. Ich checke hier gerade gar nichts. Du wirst aufgenommen. Oh Gott! Du wirst du nicht wissen. What the fuck? Eh, let's act. Was macht ihr denn überhaupt? Oh nein, Riesen ist auch noch da. Ähm, gelb. Oh bitte, mach das jetzt. Nein, ich will nicht. So, hat gemacht. Geht es euch. es euch. Es geht jetzt bei mir. Vorых wir. Wir coord almonds um 370 bis 30%